Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video will ich Ihnen zeigen, wie man ein Video auf der Lernplattform Mebis hochladen kann. Mebis ist ja eine Weiterführung von Moodle, das heißt hier könnten auch Leute, die Moodle anwenden, vielleicht etwas draus finden. Normalerweise hat man sein Video ja bei YouTube oder Vimeo hochgeladen, nur mag nicht jeder Lehrer auch wirklich auf einer öffentlichen Plattform gefunden werden. Daher bietet es sich zwischendurch auch vielleicht mal an, ein Video auf der Lernplattform zur Verfügung zu stellen. Mebis an sich ist nämlich eigentlich auch eine Videoplattform, das heißt wir können hier Videos hochladen und nur in diesem Klassenzimmer dann eben zur Verfügung stellen. Ich verwende zum einen das Applet oder die Möglichkeit einer Textseite und die Möglichkeit eines Textfeldes. Wie man jetzt mit Textseite oder Textfeld ein Video in Mebis einbettet, das möchte ich Ihnen jetzt kurz erklären. Ich bin hier in meinem Kurs der 6. Klasse, ich möchte Arbeitsmaterial anlegen. In dem Fall nehme ich eine Textseite. Das was hier so als Kassetten oder Plattform zu sehen ist, ist eine sogenannte Textseite. Das werde ich jetzt einmal mit Ihnen gemeinsam erstellen. Es öffnet sich ein neues Menü, wo eine neue Textseite erstellt werden sollte. Ich muss einen neuen Namen angeben, den nenne ich jetzt einfach mal 1.9 Dingsbums. Bei der Beschreibung muss ich nichts angeben, das lasse ich meistens auch leer. Der Seiteninhalt kommt hinzu. Jetzt kann ich hier ein Video hinzufügen über Medien. Also einmal auf Medien klicken und eine Datei auswählen. In diesem Fall ist es am besten, man wählt eine Datei aus zum Hochladen. Also eine, die auf dem PC gespeichert ist. Aufpassen, in den meisten Fällen funktioniert nur MP4. Das ging jetzt alles ein bisschen schnell. Ich bin hier auf Datei hochladen gegangen, dann auf Durchsuchen, habe mir die MP4 ausgewählt, die ich natürlich vorhin schon erstellt habe und gehe dann auf Datei hochladen. Ich habe das Ganze jetzt etwas beschleunigt. Das Ganze ist bei mir schon hochgeladen worden und jetzt werde ich auf Medien einführen klicken. Jetzt steht hier blau unterlegt nur die Dateiname oder der Dateiname. Aber wir werden das Ganze dann nachher schon sehen, dass das tatsächlich auch hochgeladen worden ist. Bei Darstellung empfehle ich, dass diese Textseite immer als Pop-up Fenster geöffnet wird. Das heißt, dass man quasi ein neues Fenster bekommt. Das wäre es mit meinen Möglichkeiten. Man kann hier noch weiteres vornehmen. Da würde ich selbst empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Mir reicht es aber zu Darstellungszwecken jetzt erstmal aus. Speichern und zurück zum Kurs. Und wir haben jetzt, wenn es dann soweit ist, eine Textseite erstellt, in der das Video zu finden sein wird. Also ich scrolle wieder nach unten und finde hier mein 1.9 Dingsbums. Und wenn ich das hier jetzt öffne, öffnet sich ein neues Fenster als Pop-up mit dem Video, das ich dann direkt in Mebis laufen lassen kann. Eine Möglichkeit, eine Textseite zu nutzen. Manche Kollegen, denen gefällt es aber natürlich auch ganz gut, wenn das in Mebis selber zu sehen ist. Dann empfiehlt sich nicht eine Textseite zu nehmen, sondern ein Textfeld. Denn dieses Textfeld wird dann direkt im Mebis-Kurs, also hier, wo ich gerade bin, sichtbar sein. Das Video lässt sich dann quasi direkt auf der Seite anklicken. Mir ist es immer lieber, weil ich ja viele Videos habe, dass ich das in einem extra Fenster öffne. Weil sonst habe ich untereinander ja irgendwann mal 20 Videos stehen und meine Seite wird ewig lang. Eine zweite Möglichkeit möchte ich Ihnen auch noch zeigen. Man kann zum Beispiel auch eine Textseite anlegen und ein YouTube-Video darin einbetten. Das heißt, man macht quasi keinen Link, sondern man nimmt hier auch wieder 1.9 Dingsbums. Und an dieser Stelle fügt man jetzt einen YouTube-Video-Link ein. Dazu gehe ich auf YouTube. Hier habe ich das Video, das ich jetzt ja tatsächlich vorher eigentlich als MP4 hochgeladen habe, natürlich auch bei YouTube gefunden. Ich kann hier über Teilen mir den Link holen. Das, was hier blau markiert ist, kopiere ich, füge ich in meine Textseite ein und habe eine Verlinkung. Nur muss diese Verlinkung auch dann tatsächlich als Link erkannt werden. Deswegen nehme ich hier dieses Zeichen einer Kette und gebe eine URL dazu. Wenn ich hier auf Link anlegen gehe, wird es jetzt blau unterlegt. Man hätte ja auch einen anderen Text nehmen können und nicht den Link selber, aber ich mache das immer so. Auch hier wähle ich die Darstellung als Pop-up-Fenster und gehe dann auf Speichern. In meinem Kurs findet man jetzt 1.9 Dingsbums, auch wieder eine Textseite. Und wenn ich dort darauf klicke, öffnet sich wieder das gleiche Video, nur dieses Mal eben als YouTube-Verlinkung. Erkennt man auch schon daran an dem roten Button, dass es sich um ein YouTube-Video handelt. Wenn ich jetzt hier auf Play gehe, sehe ich auch hier unten, dass es von YouTube gestreamt wird. Das war das, was ich Ihnen heute beibringen wollte, nämlich, dass man ein Video entweder als MP4 direkt in den Kurs laden kann oder eben das Ganze über YouTube als Link in den Kurs laden kann. Dann müssen die Schüler nämlich auch nicht auf YouTube gehen, was ja datenschutzrechtlich doch ein bisschen grenzwertig ist. So löse ich meine Videos. Ich lade sie entweder direkt als Datei hoch oder ich verlinke sie über eben YouTube direkt in den Kurs hier rein, dass aber alles in Mebis anklickbar ist. Das war's. Wie habe ich das Ganze in Mebis eingefügt? Ich hoffe, Sie konnten etwas davon mitnehmen. Tschüss!